So, willkommen zurück, blablabla. Die emergene Zuschauer interessiert sich auch nicht, was ich sage am Anfang des Parts. Ihr kennt die begrüßen und Banny ist auch wieder da. Ja. Was auch kein Schweine interessiert. Ich glaube, das habt ihr nicht mal mitbekommen, dass ich damit kommentiere. Ja, exakt. Völlig keine Showout. Ah, wir machen die Priest-Challenge. Wenn wir an diesen Part schauen, dann schreibt er bitte seine Lieblings-Murlock-Zitat in die Kommentare. Ja, Banny hat ein bisschen rumgelegt, war ein bisschen verfickst, deswegen wiederhole ich es nochmal. Banny challenged euch. Wenn ihr diesen Part schaut und gerade unsere Stimme hört, schreibt euer liebstes, Lieblings-Murlock-Zitat in die Kommentare. Ihr könnt es poetisch machen, ein bisschen philosophisch oder psychologisch, aber ihr könnt auch ein bisschen so einen spaßigen Kommentar abgeben. So einen Witz, einen Murlock-Witz. Macht mal einen Murlock-Witz zum Beispiel. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch so ein gutes Zitat von zum Beispiel Abraham-Murl-Murl-Murl-Murl-Murl-Murl-Murl-Murl. Oh, fuck. Du hast gerade das schlecht gehabt, dass er genau D bekommen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass er D bekommen hat in allen Karten, ist so gering. Oh, das fickt mich gerade. Richtig ekelhaft. Dieser scheiß Bastard, ey. Ich fass es nicht. Das könnte ihm einen gefühlt Vorteil bringen. Ja, das dünge Vorteil gerade. WTF, Junge. Warum hast du nichts gelernt? Schau dir den Gita an. Er hat schon sein eigenes Auto. Ah, nice. Battlecrime. Jetzt kann ich zwei Damage verteilen hier. Dank dem Rumbling Elementor. Ja. Genau in der richtigen getroffen. Das ist nicht schlecht. Oh, nein. Ich glaube, ich kann mir Sneed näher. Toshly. Ja, ich glaube Toshly, weil ich den früher spielen kann. RNG is on my side, ihr motherfuckers. Ja, Toshly ist gerade eh. RNGsus hat meine Gebete erhört. Hey, wird der nicht hochgeschickt durch die Hero Power? Nein. Schade. Wahrscheinlich, weil es eine passive Hero Power war. Ja. Ah, Fyodor Lightbane. Moment mal. 5 Damage to everyone. What? Wo ist denn? Hä? Ah. Von ihm. Vom Jungle. Ich dachte schon, von wo bekomme ich jetzt Spell Power? Ich könnte das jetzt einfach machen, was das komplette Feld annihilated. Ist ja wohl ziemlich dämlich, weil ich gerade mehr Minions habe. Noch stärkere. Deswegen. Mach ich lieber. 3... 3... 4... 1... 1... 1... Ja. Ok. Aha. Ne, sie ist schade. Ne, sie ist schade. Er wird erstens so geheilt. Also geheilt. Aber so ständig. Ich habe jetzt nach dem Mana geschwänzt. Ich glaube es jetzt nicht mehr so viel Spiel ist. Gute Board Control und alles. Gute Board Control und alles. Okay. Ehm. Sehr interessante. Es ist eine interessante Art von Removal. Enttomb. Aber... Hm. Ja, das ist eine einmalige Chance. Mit Kabbalt Shadow Priest stiere ich jetzt einen 2-5-Tart. Und ich spiele noch einen Briss. Schade auch zu Arschling. So. Ja. Jetzt wird alles Upgraded. Was haben wir jetzt? Ehm. GG. Ja. Ist es halt auch. Edric the Pure. Ja. Warte. Der ist zu gefährlich. Der ist zu gefährlich. Ah. Er stirbt nicht. Okay. Ja. Das ist GG. Ich weiß nicht ob es ein Refle ist. Edric the Pure ist jetzt ziemlich schade Spuddy für den 7-Drop. Besonders vom Angriff. Aber sonst. Wahrscheinlich ist es. Ja. Als ob der jetzt irgendwie ist. Egal. Ob der jetzt einen 7-Drop ist. Du bekommst den nächsten 8-Drop dafür. Ja. Eigentlich wollte ich jetzt eine Chance geben. Aber ich geh jetzt keine Risiken rein. Ich hab keinen Bock jetzt. Deswegen das auch irgendwie zu verkacken. Hä? Keep of Ultraman bringt doch auch nichts. Wenn du das veränderst. Dann wird doch alles überkühlt. Was bringt das zum 3-3 zu verändern? Gar nichts. Was? Ragnaros. Haha. Ja. Ragnaros darf es finishen. Wir stecken... Okay. Dürfen wir nicht. Wir stecken ihn in unser Deck. Wer ist jetzt gestorben? Oh. Der Mini... Sorry. Ragnaros. Der Feier-Anus darf das hier für uns beenden. Well played. Well played. Well played. Ich habe auch gar nicht. Sonst hätte ich ihn schon längst gecraftet. Ich hatte schon mehrere mal die Chance Ragnaros zu craften. Aber... Die Zeit wo er im Control Warrior Deck dabei war, ist eigentlich schon vorbei. Also Ragnaros war vor Dr. Boom die... Beliebteste und auch stärkste... Äh... Legendäre. Aber nachdem sich die Meta halt so viele Male geschifftet und verändert hat und alles. Also... Inzwischen ist Ragnaros jetzt... Kaum noch ein Decklist dabei. Er ist jetzt nur noch eine Tag-Karte anstatt eine Core-Karte quasi geworden. Äh... Im Grunde genommen ist er eine Tag-Karte. Genau wie Dr. Boom und so, aber... Quasi damals war gefühlt halt Core wie halt Dr. Boom gefühlt immer Core-Kartes. So. X-Mana Entomb. Ja. Haben wir schon gesehen, haben wir schon eingesetzt. Shuffle it into your deck. So. It's perfectly safe as long as you remember to put in air holes. Was? Ja natürlich. Natürlich. Wir denken auch drüber nach, wie sicher es ist, sich selbst in irgendeine Grabstätte einzusperren. Solange wir nur Luftlöcher haben, wird doch alles gut. Ey... Beim Essen und so müssen wir... Professionalität ... Gut, dass das keiner hört wird, Berni. Wenn ihr diesen Röpsel gehört habt, schreibt euer Lieblings-Berni-Zitat in die Kommentare. Nee, das haben wir schon in dem Part, was wir dem Warlock zu tun haben. Dann kommt noch EuroX zum dritten Flügel und dann sehen wir uns zum finalen Flügel. Bis dann und tschau. Tschau.